moin moin die mali wannabe es gibt dich zum tatort weiter geht es bei borderlands 3 schmack ist gerammt worden die sahen bis schon mal gesprungen das beweist nur dass meine familie getötet hat nicht ob rags oder maxis waren meine familie hat vorräte in der nähe gelagert vielleicht findest du dort ein paar hinweise kümmerjäger glaubt mir ich bin der schlimmste ich hab meinen typen das grüne zeug aus einem säurefass trinken lassen er wurde zersetzt hat seinen schädel gesehen und so was laberst du da das war trinkertoni und er hat es als mutprobe gemacht das zählt überhaupt nicht nein mann trinkertoni war der kerl der sich in die luft gespringt hat als ein mechanol aus dem flummenwerfer eines pyrotechnikers trank oh weißt du was du hast recht ich hab das durcheinander gebracht du hast den typen zersetzt übelsten respekt ja mann ich hab diese beschissen vorräte gespringt ich bin deine gefahr für die gesellschaft was ist kammerjäger wirst du mich nur töten oder was ich weiß wirklich nicht wer von beiden so grausam war meine familie zu töten such dir einfach aus wenn du tötest das wird meine rache sein ich traue deinem urteil ich schätze mal entweder oder und doch dann kriegst du verschiedene sachen als belohnen also was nicht so einfach ist es fahren und zielen gleichzeitig aber das geht aber da verrutscht man schnell mal ziemlich gut weil ich kann so kass auf der stelle drehen wenn du sofort umdrehst machst du sofort auf der stelle der drehung schon ganz schlecht der wende ich gewiss da ist ja doch schon einer von beiden wie auch immer auf dem fahrstuhl hoch da ist doch nicht auch egal wenn wir töten weißt du ja nicht was du kriegst das überlegen wir jetzt in der zweiten runde dann die anderen töten ja das wäre vielleicht eine notiz machen ich nicht kann nicht schreiben bei merken können wir uns auch so ähnlich aus kriechen vielleicht das los ich bin schon ein bisschen was aufgescheucht ja hey die ich geliebt habe jungen noch kritische treffer und ich friere die alten einen einen ich mach nur etwas Zeitschuld und ein paar Typen zurückgeben die Planken am Arsch die die beiden beide rex rex und mecksten beide da achso und ich bin noch beide klin das ist schon mal schon anerlegend ja jetzt hat er sich aber versteckt rex ist auch gleich tot rex ist tot ich bin mir nicht mehr sicher der andere käse auch ihren familienmörder aus kannst du ihn vielleicht auch noch töten überraschung dann ist am ex auch noch naja lumineser macht das schon also hier so wieder ein land kommt wir wollen schon mal die belohnung ziemlich gute idee also heute von den zwei toiletten und große kisten um links haben die belohnung doch nicht doch doch wir müssen einmal aus dem rumfahren und für dich wieder falsch hier oder wenn er so richtig ist unser rest zu fuß machen also wo kann man nicht auf die karte und mit der orientierung ne was ja wird hier nicht ganz so gut alles klar dabei rex und mex ja ich habe gewartet bis ihr ausgestiegen seid aus eurer maschine habe ich auch er teleportiert ja idee ob es irgendwas braucht gibt es noch ein paar mücken 17.000 schlummern schon wieder aufs konto haus aber nicht lange das ist so leer weiß ich sogar wieder wenn das war jetzt genau und sich 46 aus dem kloster sehr gefischt auch scheiße geld gemacht du bist ein killer kammerjäger vielen dank dass du den endlosen teufels so konnte ich ihm entkommen das sollte dein blutiges gewissen erleichtern was ich war ja dachte ihr macht jetzt mal die hand auf und hält was habe ich auch gedacht warum das abgedrückt jetzt aber halten können aber nicht wahr so dann noch was den killer wollte hätte ich im angebot noch dann machen wir den killer volt hab dich nach elektra stadt welche ausnahmsweise auch mal auf die karte gucken nämlich weiß worum es hier geht überhaupt ja dann müssen wir mal alter schwede was denn gerade die falschen ansichten gewechselt ich bin so ein bisschen im orbit gewesen naja mit x kannst du in orbit wechseln so ich bin in der galaxy unterwegs gucken wir mal gleich hinreisen zudem ja da war ich eben auch zu dr set medis automat da oben ich habe mir die anischer stadtrand halt es geht nicht doch doch kommen wir noch nicht mit ganz klar wollen ein bisschen über jetzt im vortrag ja genau was soll ja müssen wahrscheinlich hier auswählen ja kurz aber wir können nur von hier aus als zurück kommen wir gar nicht aber wir hätten auch so eine kleine mission hier müssen wir hin wir hätten gar nicht weggemussten ist aber wo bist du denn jetzt hin bin zu einem auto gelaufen aber jetzt nur mal die base und dann müssen wir so hinkommen obwohl ist elektra stadt ist doch sind wir doch noch gar nicht gehen oder ne eben lege gerade wie man da jetzt überhaupt kann ich kümmere noch gar nicht hin haben wir noch eine mission offen oder war das erstmal alles eine haben wir noch dann guckte also aus der sanctuary ja und guckte noch mal kurz wo die ist sonst bringe ich mich gleich zurück in den stadtkomplex da eine sekunde ich mach mal hier technisch an technisches knockout die ist hier sogar ganz unten an der ecke alles klar du wirst schon wissen wo es lang geht was muss ich machen zwei minuten warten alles klar ich muss mir noch mal die bedienungsanleitung durchlesen ich gucke mal wo du hinfährst rechts 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 da wo der daumen links ist ja und wieder ein kleiner eingangs sein oder so ja und teleporte ich zu meinem fahrzeug das geht nicht ich weiß nicht ich bin hier auf irgendeiner karte eine kiste nach anderen hier eine hat es geschafft kofferräume über kofferräume und sie noch hier auf einer anderen karte bin dann machte das wird niemals meins werden jetzt schon nicht du musst erst mal auch noch millionen stunden mann zwei gehen vorher auch nicht still der nächste ja 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 Oh ja, das war's. Kuppel haben wir jetzt um uns herum. Ich muss mal zusehen, dass die Namen mal wieder unbedingt angezeigt werden, das ist echt äh... Nervig, oder was? Ja? Ja, ich seh euch nicht, also nur wenn ich euch wirklich vor mir sehe, sonst seh ich euch nicht. Panikraum? Verschwindet ihr Maliwan Mistkerle! Ich hab kein Problem damit ewig hier drin hoffen zu bleiben, zusammt der ganzen Red Scheiße oder was immer das hier ist! Hey, Wissenschaftler! Quinn! Lorelei hat mich geschickt! Lorelei? Oh ja, ähm, die Atlas Lady. Mit den Waffen und den Haaren. Okay, ich komme raus. Ja, ja! Ich habe Lorelei eine unglaubliche Waffe versprochen, die nur ich, ein echtes Genie bauen kann! Eine Norg-Hack-Granate! Deswegen ist Maliwan hinter mir her! Und jetzt? Hier entlang, bitte? Sehr gerne. Ich muss nur noch ein paar Tests an meinen Nocks durchführen und die Nock-Hack-Granate ist so gut wie fertig! Was? Wo sind meine Nocks? Sie müssen während des Kampfes entkommen sein! Wenn ich meine Haffe vollenden will, brauche ich sie! Zum Glück habe ich einen Plan B! Aber ich brauche deine Hilfe! Ich DG Struckte ein einzigartiges Fahrzeug in der Nähe! Schnapp es dir! Das Fahrzeug ist ausgestattet mit speziellen, ähm, Wissenschaftsfässern, die dank komplizierter DG Struck Technologie meine Nocks zu mir zurückschickt. Ich habe leider keine Zeit, dir diese Technologie zu erklären. Okay. Muss ich es etwa für dich buchstabieren? Geh zum Fahrzeug! Wer geht ans Geschütz? Ah, wir können zu dritt fahren. Ja. Oh. Na gut. Sitze. Da sind welche. Fangen sie! Fangen sie die alle! Das ist ein Testnock! Ein guter Anfang! Ich hätte grüne Waffe ausgeploppt. Na ja, fett, weiß ich nicht. Oh. Ich hätte extra nochmal für gedreht. Kannst du so schnell nicht sehen? Ich wundere, dass gleich alle rausgesprungen sind. Alle auf einmal. Ich bin euch was. Wo ist sie? Wo ist sie? Wir halten auch für eine Waffe? Aber selbstverständlich. Die Karre braucht mehr Boost! Die Karre braucht mehr Boost! Oh. War erledigt! Noch einer! Okay. Ein Noggedy noch noch, bitte. Noggedy, 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 Noggedy. Das waren alle. Ich werde jetzt ihre Anzüge hacken und ein paar Verbesserungen vornehmen, die ich selbst entwickelt habe, um meine kämpfenden Noggedore zu erschaffen. Ich warte bei meiner Konsole auf dich. Okay. Lass mich dir erklären, wie Nox funktionieren. Ihre Helme projizieren ein Spiel in erweiterter Realität über die wirkliche Welt. Also denken diese kleinen Idioten, sie würden ein Videospiel spielen. Wir können das Spielsystem beeinflussen, sodass ihre Verbündeten angreifen. Und da war ich hier reingeführt, hast du uns. Ja, bitte selbstverständlich. Wo denn? Ja. Jetzt muss ich nur noch die Feinderkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Maliwan-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefersystem vor. Zeit, die Wetten abzuschließen, Cap-Fans! Macht euch bereit! Ach ja! Hört zu! Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht! Drück den Knopf da, um den ersten Logador in den Ring zu rufen! Hm... Oder ob das schlecht ist? Das weiß ich nicht. Ich nenne ihn El Fuego! Ein Log, verstärkt mit der Macht des Feuers! Alle lieben doch Feuers! Oh, das, äh, sollte nicht passieren! Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Aber okay! Wir haben noch zwei! Ruf den nächsten herein! Den hier nenne ich den Konduktor! So stark wie ein tobendes Blitzgewitter! Oh je! Das hat wohl auch nicht geklappt! Aber ich krieg das hin! Gib mir nur eine Sekunde! Diesmal ganz ohne Schnickschnack! Okay! Ruf den letzten herein! Oh je! Das hat wohl auch nicht geklappt! Aber ich krieg das hin! Gib mir nur eine Sekunde! Diesmal ganz ohne Schnickschnack! Okay! Ruf den letzten herein! Nein! Wir können jetzt endlich mal den Konduktor recuerden. Und jetzt müssen wir gehen! Dann gib mir doch mal den Konduktor! Wichtig, dass der Konduktor hier drin ist. Oder du! Ja?! Ich bin, im Konduktor! Wie? Und jetzt, du, bist du! guter ablenkung das wird aus meiner Klauung krabbeln bestimmt noch was dickeres kreis ambulanz ist ja schon wieder schreibt sie wieder rein abschießen ja ja so hilflos wird gut ja ja hier geht ja auch kaum platz gar nicht weg ich bin gerade runtergefallen ist nix mehr ist alles aufgelootet ihr säcke christoph scharf schützengewehr gleich selbst schuld aber sind ja man kann man ja er hat gerade eingefroren ich auch wird mal schön für ein paar tausend mich wiederbeleben lassen schwerer bett ist pyrotechniker das werde ich nicht noch mal machen ich habe alles Danke, Quinn. Wir schulden dir was. Oh, ich hab's gefunden. Oh, macht's ihm. Macht's ihm doch. Jetzt könnt ihr's ihm machen. Ja, natürlich sicher. Jetzt aber. So, hier. Scharfschützengewehr hab ich dir versprochen. Chris natürlich auch. Oder das hier. Sehr gut. Ich werde meine Nock-Bump-Programmierung off-setzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Wetten. Äh, ich meinte für die Kriegsunterfangen. Oder so. Bitte geh jetzt. Bitte geh jetzt. Wir haben sie gerade rausgeschmissen. Marsch. Gut, dann gehen wir jetzt. In die Folgenpause. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Oh. Hast du vielleicht einen Daumen? Toll. Ich wollte gerade sagen, Däumchen wäre ein Träumchen. Und äh. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. 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 See ya.